hallo zocker freunde und weiter geht's in fallow new wegas wir haben ja noch ein paar aufgeblich hin und wir müssen da wohl zurück zum zur stadt oder wie auch immer muss man gerade gucken hier wir waren das ach so ja das ist ja hier ein bisschen anders dann sagt ja ich will immer m drücken um die map zu öffnen das da müssen wir hin dann geht das ein bisschen schneller muss man den ganzen weg lassen über die ganze kilometer tun mir auch irgendwann die füße wo das merke ich zwar nicht aber ich bin mein charakter auch nicht wehtun so dann müssen da rein übrigens das hier ist so ein typ mit dem kann man immer handeln der hat immer mannig der hat immer man es ist auch eine mod ok zeigt mir was du hast der hat hier da dass das ändert sich auch nicht wollen wir mal schauen hier was mit dem so verschärbeln können den dd machen wir weg der baseballhandschuh brauchen wir auch nicht wenn ziehen können nein die machen nicht weg blei rohr benutze ich sowieso nicht weil ich will ich will ja so schießen so dass aus der entfernung ist immer besser da ist man sicherer die kaffeekanne machen wir auch weg das behalten wir alles noch momentan ich muss meine taste festsetzen soll jetzt geht das ja weiß ich nicht ob ich das brauche dynamit ja nimm was man bald was noch bei uns ich weiß was ich davon brauche jetzt ich meine bei v3 was wäre es für mich einfach gewesen da weiß ich was ich brauche und was nicht weil manchmal so wird das zum beispiel keine ahnung wofür das gut ist die geko hat aber nimmer behalten was man noch gegengift ist sowieso überhalten war das kann man weg machen weil fall sei schon die idee dings rüstung ist ja eher crap hackbeil hammer weiß ich nicht ob ich das brauche hackbeil und hammer eigentlich nicht harmonika sowieso nicht heilpulver heiße plattern keine ahnung hülse das leere hülsen oder sind das leere hülsen ja das sind leere hülsen glaube ich weiß nicht ob man die wieder zurecht machen kann ich behalte die mal bei mir und das sowieso caravan schrot da war ich auch noch ok leere nuka cola flasche machen wir die auch erstmal weg die leeren flaschen die machen wir alle da so rüber und bis so leichte leder rüstung leichte metall rüstung ich glaube die metall rüstung die will ich anziehen lesebrille brauchen wir nicht unbedingt mentals die behalten wir bei uns milchflasche 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 brauchen wir milchflasche ich behalte die mal noch bei mir jetzt kann sich ja zwischen fallout 3 und fallout new vegas einiges geändert haben und nein ich habe fallout 3 noch nicht sauber zum laufen gebracht ist ein bisschen blöd nein schreckenei brauchen wir auch nicht warum man nicht keine ahnung ich weiß es nicht das ist metall das werden auf jeden fall noch brauchen glaube ich stammes überall überfall rüstung okay da muss ich dann mal durchgucken welches da für uns relevant ist also welche rüstung weil er weiß ich jetzt so nicht ne sollte eine granatengewehr das hört sich interessant an die tasse die kümmer weg machen eine zinkern wir machen was sie weg kommen wir brauchen keine zinkern kann das behalte ich auch mal noch den euro ja den kann man eigentlich auch weg machen vor kriegsgeld das können wir auch verkaufen kürbissamen wurschtbär werde ich sowieso nicht nutzen ja das bald mal bei uns keine ahnung verwitterte pistole okay gut ok akzeptieren wir das ganze dann haben wir ein bisschen wenn sie sonst noch was brauchen ja ok aber momentan nicht ist der money biggs immer hier ein gut dann müssen wir müssen wir jetzt ist schluss mit freundlich wenn ringo nicht bei sie ja was willst du denn du drohst ihr habe ich das richtig gehört hier warte mal was sie über ringo gesagt ist eine art händler der lieber schoss statt die gebühr für den aufenthalt auf unserem territorium zu bezahlen er versteckt sich in der stadt es würde diesen idioten recht geschehen wenn wir nach der abrechnung mit ringo diesen ort in schutt und asche legen würden ich könnte ihnen helfen die stadt zu übernehmen das wollen wir nicht das sind ja eigentlich ganz nette leute dieses gebiet ist ihr genau das ist ihr territorium das ist es jetzt genau die anderen leute sind aus dem rmk gefängnis östlich von hier ausgebrochen und haben übernommen jetzt bestimmen wir das sehe ich anders das werdet ihr noch merken pass mal auf ne also ich könnte ihnen helfen die stadt übernehmen will ich nach wie vor nicht warum saßen sie im gefängnis genau geht sie überhaupt nichts an sie sollten doch wissen dass man solche fragen nicht stellt ich war leute ausgeraubt paar sachen abgefackelt paar typen umgelegt okay ihr seid echt übel drauf oder okay abschieben wir uns erstmal von dem ja ich bin mir sicher wir begegnen uns noch ja tun wir so ja warte mal warte mal bleibe ich ganz schön für aufruhr gesorgt schön sie endlich kennen zu lernen willkommen im prospectus saloon okay ich habe ihren streiten mitgehört warum ging es dabei sieht aus als wäre unsere kleine stadt in was rein geraten mit dem wir nichts zu tun haben wollen vor einer woche ist dieser händler ringo hier angekommen überlebende eines angriffs sagte er verfolgt von fiesen leuten braucht ein versteck wir dachten dass er nur einen schock hat also gaben wir ihm den platz zum hinlegen wir hatten nicht erwartet dass ihn tatsächlich jemand verfolgt okay wo ist er hat sich in der verlassenen tankstelle auf dem hügel verschanzt weil man soll sich ja immer zwei seiten der medaille und so okay warum töten sie glaubt nicht einfach und basta nein das wäre nicht so was werden sie tun ein paar der anderen sunny zum beispiel werden sich auf ringos seite schlagen wenn er sie um hilfe bittet was er bisher noch nicht getan hat okay ich persönlich hoffe ja dass er sich eines nachts aus der stadt schleicht und die pulverbande mitnimmt eigentlich nur strafgefangenen die rnk hat sie aus kalifornien hierher gebracht damit sie an den bahngleisen arbeiten nur hat sich leider herausgestellt dass es nicht die beste idee ist heftlingen dynamit und sprengpulver in die hand zu drücken vor kurzem gab es einen großen ausbruch ein paar von denen haben sich zusammengetan um unheil stiften zu können mit denen haben wir es jetzt zu tun das ist echt über und warum töten sie glaubt nicht einfach und basta sie meinen ihn ermorden so was machen wir nicht auch wenn kopf abschaum ist da kann er so viel poltern und drohen wie er will okay in ordnung ja was passiert wenn ich ringo aus diesem schlamassel helfen könnten hätten sie in good springs einen guten ruf ich würde ihnen auch rabatt geben natürlich würde es außerdem die pulverbande zornig machen wenn sie ringo helfen und die haben eine menge freunde da draußen ja helfe ich ringo dann bin ich also in good springs ein in good springs beliebter und was wenn die pulverband wenn ich den pulverband ne das will ich gar nicht wissen war der mann mit dem sie gestritten wer war der man ja das wissen wir inzwischen das war einer hier von diesen banditen so ich versuche die leute zu finden die mich angegriffen haben genau das möchte nicht viel außer dass sie ein haufen schmarotzer sind die ein paar freirunden erwartet hatten allerdings habe ich sie schon zum bezahlen gebracht natürlich hat einer der großkane versehentlich mein radio auf den boden geworfen seitdem ist es kaputt okay ihr vorgerät ist mir so was haben die angreifer sie hatten sich deswegen irgendwie gestritten aber der kerl im karierten mantel hat sie immer wieder zum schweigen gebracht offenbar kamen sie aus dem norden durch quarry junction wenn das so ist kann man ihnen wohl keinen vorwurf machen dass sie nicht zurück wollen warum das denn die ganze gegend ist voll mit viechern die nur stinksauer werden wenn man auf sie schießt händler meiden diesen gesamten abschnitt der i 15 als wäre er radioaktiv wer weiß vielleicht ist er das sogar okay wohin wollten sie als nächstes gehen ich konnte es nicht genau hören aber der anführer sprach vom strip wenn der kerl auf dem weg dorthin die 15 vermeiden will muss er nach osten gehen denn highway 93 hoch okay gut moment warte mal was haben wir hier noch soll ich ihr defektes funkgerät mal anschauen klar von außen sieht man nichts aber ich glaube irgendwas da drin ist kaputt es wird auch was für sie rausspringen ich bleibe gern auf dem laufenden über das was in der welt passiert und mr new vegas ist so ein netter mann okay gut kennen sie den roboter der mich so gut wie jeder andere hier es lässt uns meistens in ruhe was mir nur recht ist okay was macht er eigentlich hier ab und zu rollt er ein wenig herum sonst macht er nichts nützliches soweit ich das beurteilen kann keine ahnung warum er sich für sie interessiert aber ich wäre lieber vorsichtig bisher hat er noch nie jemandem geholfen sie mögen ihn nicht das ist sehr deutlich freundlich aber ich vertraue diesem ganzen lustiger kaubeugetur nicht das ist alles sehr gruselig gut wie lange ist das schon ein gut spring er war schon hier als ich den saloon vor sieben jahren übernommen habe angeblich hat sein eigentümer hier gewohnt aber niemand weiß wer das war okay schon gut ist mir dann gehe ich jetzt erstmal passen sie auf da draußen ja okay das heißt hier machen wir mal dann kann man mich auch da hoffentlich das radio reparieren dann würde ich ganz gerne ganz gerne ganz gerne heilschen energiewaffen dietrich das könnte vielleicht auch noch wichtig sein ich habe ja eigentlich eigentlich habe ich ja diese mutter drin das heißt ich lasse das jetzt erst mal außen vor schleichen schusswaffen ja schusswaffen das ist eigentlich gute sache reparieren schleichen ich weiß nicht ob ich schleichen wird falschen energiewaffen falschen das ist vielleicht gar nicht so verkehrt aber 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 überleben da will ich mal gerade gucken ich kann überleben erhöht die treffer punkte die sie durch essen und trinken erhalten außerdem ermöglicht sie die herstellung verbrauchsgegenständen an lagerfeuer ja gut das haben wir ja relativ hoch das haben wir ja relativ hoch also ich gehe mal noch ein bisschen auf falschen und dann auf auf sprache dass wir die leute überzeugen können nein schleichen vielleicht noch gleichen und ja schlusswaffen möchte ich schon ordentlich damit machen das ist die soll schon ordentlich merken dass ich da bin gut dann haben wir hier noch bonsai durch sorgfällige pflege hast du es geschafft einen bonsai baum auf deinen kopf wachsen zu lassen dieser lässt von zeit zu zeit früchte fallen in dein inventar okay das finde ich ja mal cool das nehme ich mein durch das öffnen der büchse pandoras werden dich im laufe deines weges durch ödlern einige überraschungen erwarten je nachdem wie die würfe fallen ein glücksspiel mit dem schicksal nein das ist mit so ist kein im kampf fügst du weiblichen gegnern zehn prozent mehr schaden zu okay nein das muss nicht sein der freund der nacht okay du bist ein wahrer freund der nacht bei schlechten lichtverhältnissen in gebäuden und nach einbruch der dunkelheit im ödlern passen sich deine augen schnell an okay gewaltlösung schlage dich einfach durchs leben der schaden den du waffenlos mit dem nahkampf austeitst erhöht sich um fünf nein nicht wirklich glück im unglück wenigstens richten die meisten kugeln die dich treffen keinen kritischen schaden mehr an darüber kann man auch schon froh sein okay hoch das nenne ich einen arm du kannst alle wurfwaffen weiter und schneller werfen heller kopf mit jedem rang bis zehn prozent mehr erfahren das ist vielleicht gar gar nicht so uninteressant das nehmen wir auf jeden fall mal eher das nehmen wir gut passt dann lass mich mal hier so ne meint doch das radio oder ist das das genau funkgerät reparieren probieren wir es habe ich ich glaube warte mal ich habe es repariert glaube ich oder kaputt gemacht das kann ich ändern nein nicht trockene kehle moment moment wo haben wir das funkgerät ist heile ja ich habe gehört dass es sich wieder eingeschaltet hat nachdem sie damit fertig waren hier ein paar kronkorken für ihre arbeit das alles wollen sie damit sagen dass ich schlampig gearbeitet habe überhaupt nicht ich weiß nie genau wie viel sowas normal kostet hier noch ein paar kronkorken mehr das sollte dann reichen also wollen sie nicht ein paar der kronkorken hier im saloon ausgeben nein will ich nicht okay das hat nochmal 25 extra gebracht auch da draußen das heißt das hatten wir schon gemacht hat mir hatten wir glaube ich glaube ich schon immer statistik genau haben wir gemacht alles auf 10 gut dann machen wir uns hier wieder raus wo waren das jetzt hier bin ich reingekommen da audi okay dann aber wo finde ich wo finde ich ringo habe ich mir jetzt gerade gar nicht gemerkt was brauchen sie ich muss mich auf den weg machen okay kann man mit das brauchen sie ich suche ringo tschüss ist bestimmt in einer der häuser ich habe da glaube ich auch nicht so wirklich aufgepasst wohin bist du ringo was brauchen sie zeit da ich gehe ist später toll ich hätte gerne andere optionen wenn ich ringo wäre wo würde ich mich verstecken also hier wohnt der typ und ich nehme an dass das nicht ringo ist war ringo würde sich eher verstecken vermutlich mal ist nicht ringo ich werde es hier nicht lange rum fragen das heißt hier wohnt der typ nämlich an so dann warte mal nur so eine blöde idee aber 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 weil wahrscheinlich wohnt hier auch nur tank war aber warte mal warte mal warte mal warte mal hier genau das ist das also brauchen das heißt krepp metal haben wir 1 dann brauchen wir motor cycle also motor cycle handbrakes also handbremse und dann auch ein benzintank also da brauchen wir noch ein bisschen was was mache ich denn exit okay gut also das motor hat das reparieren wir auch noch wenn ich die teile zusammen habe ich gucke jetzt einfach mal rein keinen schritt näher was wollen sie von mir moment ich bin kein feindfall zuerst mal ich sehe mich nur mal um sie wollten nur sie sollten nur schießen wenn sie sicher sind dass sie treffen genau spielen wir jetzt meine starken sie sollten nur schießen wenn sie sicher sind dass sie treffen tut mir leid wegen der knarre sie haben mich einfach kalt erwischt wir haben einen schlechten start erwischt wie wäre es mit einer partie karawane sie wissen doch wie man das spielt nein weiß ich nicht und das gewähr kannst du runternehmen da wussten sie dass ein mann namens joe kopp nach in sucht schon aber allzu hart sieht er nicht aus offenbar hat er angst dass ich ihn von einem fenster aus abknalle wenn ich ihn sehe und er hat recht ich habe ein viel größeres problem wenn seine kumpels aufkreuzen mit allen werde ich in der schießerei nicht fertig gut was was wollen sie wegen der pulver kann pulverband oder nehmen warum genau warum sind die hinter meine karawane kehrte gerade aus kalifornien zur firmenfiliale in new vegas zurück als wir überfallen wurden nicht mal einen waffen fallen lassen und hände hoch bevor die kugeln flogen wir haben uns nach kräften gewährt aber das waren zu viele ich habe ein paar banditen erledigt bevor ich mich verzog also nehme ich an dass ihre freunde auf rache aus sind okay ja genau was wollen sie deswegen jetzt so lange wie möglich unter sofern mich die stadt nicht den wölfen vorwirft allein habe ich gegen die bande keine chance ja das kann ich mir vorstellen vielleicht kann ich helfen sie brauchen einen leibwächter ich wäre gerade frei genau vielleicht gibt das kohle ich habe nur eine handvoll kronkorken bei mir aber wenn sie mir helfen wird die kaminrote karawane sie entlohnen sie haben ein wort das hört sich gut an weiter das muss reichen wie jetzt weiter zu zweit würden wir nicht mehr erreichen als ein gemeinsames grab wenn jedoch noch ein paar andere leute aus der stadt an bord wären ich frage mal rum mal sehen was ich was wenig alles auftreiben kann fangen sie mit sunny smiles an sie gehört zu den freundlichsten leuten hier ok werden wir machen aber erst mal erst mal ich sehe hier so ein haufen zeug rumfliegen das will ich alles mitnehmen und dann bei dem typen da unten der endlos kohle hat papa scherbeln das sind wir alles mit hier so ist da oben noch was drauf nein er hat das sowieso nicht das würde runterfallen halt warte mal ok das nehmen wir mit und hier mitnehmen das extrem da ok nehmen wir mit ok dann dass da das da mitnehmen da hatten wir schon nicht hier was drehen ja noch mal kronkorken das ist egal das ist ein paradies hier nehmen wir alles mit so dies leer 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 das sagt den haben wir noch nicht gut aber auch das darf man nicht mitnehmen aber die zigaretten und nehmen die zigaretten mit was war das da ist doch moment ah ja nehmen wir alles mit wow ok hier ist nein gut das bett bett will ich nicht halt warte mal da liegt noch was das nämlich mit gut ist da hat man schon das da das da alles mitnehmen hier so nein so wieso kann ich nicht hochhöfen es geht da liegt nichts drauf an dieser stelle kann man nicht hochhöfen irgendwie an der da da so ok ich denke ich habe alles hoffe ich wenn ich komme ich noch mal wieder ja das war eine drohung ok gut dann werden wir uns in der nächsten folge würde ich mal sagen ja machen wir in der nächsten folge da werden wir uns mal daran machen die leute hier in good springs zusammen zu treiben gegen diese gangster gegen diese banditen und mal schauen was wir da erreichen ob wir das hinkriegen aber das schaffen ich hoffe es doch was ist das empfindlich moment mal das will ich mir noch angucken das will ich mir noch angucken alter feiler bist du hässlich ok gut machen wir uns weiter also böse ist dass ich nicht sieht nur so fies aus ich sage bis zum nächsten mal und tschüss